Und endlich greift diese Schusstechnik des Hamburgers. Endlich kommt dabei etwas Zählbares heraus. Wunderschöner Treffer. Lässt Edwards links liegen. Hennessey fliegt und fliegt. Und Truchowski in seinem 17. Länderspiel mit seinem ersten Tor. Es waren am Ende dann doch die Fernschüsse oder ein Fernschuss. Die zahlreichen Versuche von Schweinsteiger, einige von Truchowski. Am Ende war das das Mittel. Stand jetzt. 72. Minute, das 1 zu 0.